Hallo Michael, das passt, dass du kommst. Das Essen ist nämlich fertig. Hallo Papa. Hallo Kinder. Was hast du denn da? Das hat mir mein Arbeitskollege für euch mitgegeben. Das sind Pokémons. Hier bitte für jeden einen. Oh wie süß, danke. Er sammelt sie und hat sie doppelt. Schauen wir mal mal ein Pokémon. Wie süß. Ich hab einen gelben, ist der schön. Kinder, es gibt Essen. Ja, wir kommen. Papa, was ist denn überhaupt ein Pokémon? Das ist eine Figur von einem Spiel, das jetzt ganz viele auf ihrem Handy spielen. Ich hab auch schon welche gesehen, die das spielen. Da muss man im Dorf rumlaufen. Ich bin fertig mit Essen. Bist du satt oder magst du noch was? Ich bin satt. Ich geh jetzt in den Garten. Kommt ihr mit? Ja. Oh, ein schöner Abend. Hier muss irgendwo ein Pokémon sein. Was macht ihr denn da? Wir spielen Pokémon Go. Hey, da ist Pikachu. Mann, wieso kann ich den jetzt nicht fangen? Weil der mir rührt. Und den riechst du nicht. So. Hä, was war denn das? Das war ein Echter. Da werden ganz viele Sachen angezeigt. Helena, habt ihr eine Wasserfläche im Garten? Da könnte ein Wasser-Pokémon sein. Wir haben einen Pool. Dürfen wir vielleicht da mal kurz hin? Von mir aus. Hallo. Hallo. Die möchten nur kurz ein Pokémon am Pool suchen. Aha. Ja, cool. Da ist er tatsächlich. Ja, ich hab ihn gefangen. Juhu. Was ist denn da los? Da sind noch mehr Kinder. Spielen die das auch? Ich geh mal davon aus. Bei den Hauses gibt's ganz viel zu sammeln. Oh, cool. Ich will auch. Ich auch. Hallo. Dürfen wir mal bei Ihnen in den Garten? Boah. Wenn's unbedingt sein muss. Oh, ist der aber süß. Oh, der wird mir. Den kriegst du nicht. Ich wollte ihn ja doch gar nicht wegnehmen. Oh nein. Mein Akku ist leer. Das gibt's doch nicht. Juhu. Ich hab ihn. Was mach' ich denn jetzt? Ich wollte doch auch den Pokémon fangen. Herr Hauser, darf ich mal ganz kurz meinen Akku laden, damit es reicht, den Pokémon zu fangen? Ist das so wichtig? Ja. Na gut. Hier hinter der Türe ist eine Steckdose. Hallo, Frau Hauser. Hallo. Ich muss nur kurz mein Handy laden. Sag mal, was ist eigentlich bei uns los? Bei uns gibt es wohl einen Haufen Pokémon im Garten. Was? Na ja, immerhin sind die Kinder in der frischen Luft. Lass ihn doch den Spaß. Mhm. Was ist denn hier los? Hier ist doch keine Arena, oder? Nein. Aber wir konnten ja einiges sammeln. Mein Akku ist geladen. Passt aber bitte auf am Pool. Ich seh gar keinen. Ah. Zum Glück ist das Handy nicht nass geworden. Ja, was für ein Glück. Ich würde sagen, du gehst jetzt besser nach Hause und ziehst dich um, bevor du krank wirst. Und alle anderen gehen jetzt bitte auch wieder aus unserem Garten. Ja, wir können ja nicht auch noch Bademeister spielen. Ah, endlich wieder Ruhe. Also, ich finde das eigentlich ganz lustig. Ja, ich auch. Das ist doch wie Schatzsuche. Papa, du könntest das Spiel doch auch mal auf dein Handy laden. Ach, aber nur, wenn es nichts kostet. Ja, okay. Ja, das kostet ja gar nichts. Dann lade ich es mal herunter, wenn ihr so Spaß daran habt. Hier bitte, jetzt könnt ihr mal schauen, ob ihr etwas findet. Danke, Papa. Cool. Es sind Pokémon in unserer Nähe. Vielleicht in der Küche? Lass mich auch mal schauen. Hm, leider sind hier keine. Jetzt gibt es ja doch endlich auch mal. Vielleicht im Glow. Ach, Quatsch, Anna. Da sitzt doch kein Pokémon. Dann vielleicht in meinem Bett. Ja, genau. Schaut, da ist was unter der Decke. Kein Pokémon, aber mein Teddy. Anna, die Pokémon sind nicht in echt da. Sondern nur auf dem Handy. Ja, das weiß ich doch. Wir haben noch keinen. Ja, dann sollten wir vielleicht noch einen kleinen Abendspaziergang machen. Au, ja. Juhu, jetzt haben wir den ersten. Geht weiter. Hier ist ein Pokéstopp. Jetzt haben wir neue Bälle bekommen. Juhu, wir haben wieder ein Pokémon. Wir sind voll gut. Was ist denn hier los? Ist doch um diese Zeit keine Schule mehr. Ist da was passiert? Nein, hier ist eine Arena. Da kann man gegeneinander spielen. Schaut mal. Papa, das ist jetzt was für dich. Dann gib mal her. Ah, das ist ja lustig. Boah, ich bin gar nicht schlecht. Papa, du bist total gut. Oh Mann, da spielt einer richtig gut. Papa, gleich hast du es geschafft. Juhu, Papa, du hast gewonnen. Ha, cool. Das ist ja witzig. Papa, gehört die Schule jetzt uns? Nein, nur die Arena. Aber immerhin. math rabation. Hih, hih. Oh, ho. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen hoch. und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Peace!